Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 3 im Multiplayer und wir sind tot. Fängt gut an, danke. Kein Problem. Wir spielen aber nicht allein. Ich hab'n Freund dabei. Du darfst auch was sagen. Hallo. Du darfst auch noch lauter reden. Warum sollte ich? Damit die Leute dich auch hören. Nee, kein Bock. Ähm, wir spielen jetzt Flangenerobern. Glaub ich, hieß. Der Modus. Der Modus. Und. Ich hab' kein Talent für Multiplayer, Leute. Das ist mir zu stressig. Sollte ich etwas zu leise sein oder nicht so viel kommentieren, wie man sieht, weil ich tot bin. Weil mich der Modus ein bisschen aufregt. Ja. Schön, dass ihr den Chat zu bammt. Wir haben noch nichts erobert, oder? Nein. Doch, ich hab' gerade sie erobert. Gut, er hat etwas erobert. Gut, er hat etwas erobert. Er hat mehr in seinem Leben geschafft als... Oh, Ficker. Da sag' ich, Ficker und Stepp Silber. Hm, vielleicht sollten wir die Waffen tauschen. Wie sind die Russen? Äh? Geil, ne? Ich muss mich mal ein bisschen herumprobieren mit den Waffen. Achso, äh, Leute, verlangt von mir kein Skill. Ich war nie gut im Multiplayer. Nein, weil wirklich nicht. Ich wollte... Ich wollte gerade C beschützen. Äh? Äh? Und dabei wurde ich umgebracht. Ist hier gut. Ja, sieht nett aus. Ach, komm schon. D. Wir sind Russen, ne? Ich nehm' mal D ein. In... ...einer Sekunde. Nein. Ähm, ich will mal gucken. Pionier RPG. Okay. Schön, dass die hier nen Panzer haben. Ja, ich hab' ich... Mal gucken. Wo ist er denn? Verdammt, der Feind autoriert jetzt alle Einsatzziele. Lächte Zahn. Schön, die Russen... ...verlieren. Spring doch rüber. Da wollte ich gerade zur Seite. Oh, nee. Richtig schlecht. Vielleicht sollten wir demnächst doch was anderes spielen. Was hältst du von Call of Beauty? So wie die ganzen Kleinkinder. Ich hab' keinen Call of Beauty. Ich sag dir ja, wie die Kleinkinder. Ach so, ja. Da kannst du ja das Geld zeigen. Ah, das ist ein Panzer. Einmal. Scheiße, ey. Da ist ein Panzer. Wow. Er war schneller. Warum haben wir keinen Panzer? Wir haben einen Panzer, aber der fährt irgendwo... ...und nirgendwo rum. Keine Ahnung, was der macht. Der wollte unsere Panzer kaputt schweißen. Kaum joint man rein, ist man schon tot. Der Panzer steht richtig gut. Der steht beim Spawnpunkt. Ähm, in der Nähe von C, 60 Meter. Ich steh' auf so... ...bin auf so ner Platte mit... Ach nein, ne? ...doch. Ach so. Super. Richtig gut. Geil, da hat jemand ne Mine positioniert. Gut. Ich hatte... ...bis jetzt noch kein Kill. Hattest du schon einen Kill? Ja. Ja? Gut. Dann einer von uns beiden. Äh... Ich... ...RP... ...ich brauche man... Okay. Ach so, und zu dem Thema, ob mich das Spiel aggressiv macht. Nein, noch nicht. Also noch nicht. Noch bin ich gelassen. Weil ja immer behauptet wird, ähm... Shooter machen einen aggressiv. Wisst ihr, was mich aggressiv macht? Wenn ich was malen muss. Oder rätsel... ...spiele, spiele. Das macht aggressiv. Okay, wir haben D. Wir hatten D, bis ich gerade erschossen wurde. Geh aus dem Panzer raus, ey. Hat der immer noch seinen... Oh, wie nett. Ich wurde wiederbelebt. Ey, die schießen immer schön auf mich. Ich seh die nicht mal. Schon wieder tot. Also ich bin hier die ganze Zeit nur am Tode sammeln. Er ist die ganze Zeit am Campen, der Typ. Gefällt mir. Ah, den hab ich zu spät gesehen. Du bist auch gestorben. Ja, der hat sich... Ich hab den nicht gesehen. Stand in der Ecke. Hinter ein paar Kisten. Ich würd mal sagen, für uns sieht das nicht gut aus. Und unser Panzer steht nur in der Base. Ist ja auch gut. Er ist tot. Haben wir es? Ja, haben wir. Ich bin tot. Von wo denn? Ach, da hinten. Oben, oben, oben. An der Treppe kamen drei, vier. Ja, voll die Arschgeigen. Und dazu noch der Panzer. Ja. Und wo steht unser? Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich bin nicht das... Nicht für das Versagen anderer Leute. Achso, unser Panzer ist jetzt hier, aber... Der fährt auch nur im Kreis rum. Ey, kaum willst du die Flagge zurückerobern, ne? Äh. Wirst du schon erschossen. Ja, geil. So macht Spielen Spaß. Nicht. Muss man ja wiederum betonen. Boah. Alter. Was ist hier los? Ich verstehe auch nicht, warum die Leute besser treffen. Er ist ein Aufklärer. Okay. Und, hast du Spaß? Äh, es geht. Okay. Habe ich Spaß? Ja, sicher. Beim Sterben. Weißt du, wie ich die Folge nennen werde? Wie denn? Beim Tode fahren bin ich richtig gut. Ich hoffe mal, der Noob, der geht jetzt aus dem Panzer, damit ich da rein kann. Boah. Oh, scheiße. Ich glaube, der Panzer steht bei C. Ne, doch nicht. Ähm, Panzer steht bei... Kann ich dir gleich sagen. Bei D steht er. Deren Panzer steht bei D, ja. Unser steht hier bei C. Oben. Ja. Auf dem Podest. Einmal mit Profis. Achso, da bist du. Gehst du rein? Oder soll ich rein? Geh, geh, geh mal rein. Das will ich sehen. Äh. Okay. Oben ist einer, oder? Ich geh mal rauf. Hab, hab einen? Ja. Du, Noob. Wo steht der? Ach, den hab ich gerade... Der, der, der lag in der Ecke und wollte mich gerade... Also ich wollte mich gerade messern. Ups. Kriegt man keinen Fallschaden? Äh. Ab und zu. Okay. 0,14. Passe. Ich hab das Spiel nicht drauf. Ich krieg nicht mal einen Tod, wenn er vor meiner Fresse steht. Aber er ist Aufklärer. Er hat sowas wie eine Sniper. Ich darf versagen. Ich spiel sonst keine Online-Spiele. Außerdem haben die Vorteil. Die spielen öfter. Oder? Ja, ja, schon. Schon. Die, die Direct Metal 4 3 spielen... Die, die spielen öfters. Gut. Ich hab einen getötet und bin selber dabei gestorben. Nein, du hast keinen. Okay, ich habe jemandem geholfen beim Töten. Ich seh's gerade. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Äh. Scheiße. Scheiße. Okay. Die haben gleich A. Ah. Ich wollte gerade ein Messer an. Ich bin tot. Ich glaube, ich muss nur immer sagen, dass ich tot bin. Das ist alles, was interessant ist. Leute, ich bin gestorben. Weißt du, was lustig wäre? Wenn uns die Mitspieler die ganze Zeit mitreden hören würden. Die würden auch nur denken, was für Spassis. Ah. Ah, schon. Äh, okay. Jemand hat mich von hinten erschossen. Ich bin wieder tot. Nein. Leute, belebt mich nicht wieder. Das ist... Das ist nur traurig. Meinst du, wir haben irgendwann mal Skill? Äh, ein bisschen. Ein bisschen. Wo denn? Und wo? Da hat er mich... Nein. Ja. Äh? Genial. Ich wurde wiederbelebt. Ich laufe zu B. Wenn ich es bis dahin überlebe. Noch lebe ich noch. Ich glaube, uns verfolgt ein Panzer. Bist du auch bei mir? Ja. Ein feindlicher Panzer. Ein feindlicher Panzer wurde in eurem Gebiet gesichtet. Alter. Haben wir B? Ja. Und jetzt? Und jetzt auch zum nächsten Punkt. Am besten zu A. Ach so, wir haben nicht gewonnen. Nee, äh, äh. Wir haben... Wir müssen doch 403 Ticket niederschießen. Ach du Scheiße. Und wir haben nur noch 189. Also, wenn die uns erschießen, haben die gewonnen. Äh, du siehst unten links die Tickets. Ja, ja. Seh ich. Ich bin tot. Ja. Das muss ich ja kommentieren. Weißt ja. Ich bin tot. Ja. Super. Weißt du, was ich machen müsste? Was denn? Die ganze Aufnahme, die wir haben, immer, wenn das Wort kommt, ich bin tot, mehrmals reinschneiden. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. So in etwa. Oh Gott. Du darfst raten, was passiert ist. Tot? Ja, tot. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich Battlefield Online spiele. Hehe. Ich habe aber Spaß. Tot? Nein, ich lebe noch. Nur mal machen wir jetzt ein Kill. Habe ich gar keinen Kill? Muss ich gucken. Nein, nein, nur 19. Ach, 19 Tore schon. Wow, 19. Und ich habe einen Pink von 21. Ich bin stolz auf mich. Obwohl ich einen besseren Pink habe als die anderen, sterbe ich trotzdem. Ich bin kein Pink-Player. Das möge mal gesagt sein. Ja. Das möge mal gesagt sein. Fick dich, fick dich. Ah! Oh shit. Ja! Ein Kill, Alter! Ich sterbe mit einem Kill und bin tot. Wie hast du das geschafft? Ich, ähm, bei C, wenn du Richtung A läufst, die Treppe da. Ich bin über die Treppe gesprungen, er ist aber die Treppe weiter hoch gerannt. Und ist dann stehen geblieben. Er wollte campen. Und dabei habe ich ihn erschossen. Cheater. Nichts Cheater. Das war einfach nur Glück. Das gebe ich mal zu. Das war, das war kein Skill. Ich will die ganze Zeit so, ah. Wow. Von hinten. Von hinten. Wurdest du auch erschossen? Gut, ich aber. Scheiß Panzer. Ich sehe es gerade auf der Karte. Ich... Scheiße. Was ist los? Bist du tot? Ja, ich wollte in den Niveller schossen. Ich wollte gerade jemanden wiederbeleben. Da heißt jemand Vaginalverkehr. Ehrlich? Ja. Im Gegner-Team. Okay. Ich habe noch einen erschossen. Jetzt fängt es an zu schreien. Ja. Ich glaube, ich sollte meine Hex ausmachen. Okay. Von zwei Seiten ist ein bisschen schwierig. Ich habe zwei Kills. Du hast zehn, Alter. Komm mal runter. Ich habe zehn, vierzehn. Ich bin immer noch negativ. Ah! Der Panzer. 23 Tode habe ich. Bist du stolz auf mich? Ja. Und... Wie kann der mich durch den Wetter schießen? Und wo ist unser Panzer? Ach da. Ich sehe die Spiele einfach zu spät. Ganz zu vergessen. Das ist nichts für mich. Meine Reaktionen sind schlecht. Die sind schlechter als dir einer Kartoffel. Naja. Selbst eine Kartoffel hat mehr drauf als ich. Gebe ich mal zu. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich dir jetzt einfach eine Kartoffel in meine Let's Plays machen lassen. Vielleicht kommt das besser an. Hast du viel... Aber nur bei Battlefield. Ja. Nur bei Battlefield. Ich glaube, ich habe die Idee. Wir haben auch einen Panzer. Aber ich frage mich, wer ihn fährt. Oh Gott. Trümmer, Trümmer. Ich sehe nichts wegen Trümmer. Oh. Willst du raten, was passiert ist? Tod? Ja, tot. Ich sehe den doch. Ups. Ich weiß ja... Ich habe jemanden wiederbelebt. Für irgendwas muss ich ja zu gebrauchen sein. Zwei Kids. Du bist fast so viele Punkte wie ich. Wer? Ich habe doch nur... Ja, du hast mehr als ich. Ist doch egal. Nein! Ich hätte fast jemanden gemessert. Scheiße. Ich hätte meine Waffe wechseln sollen. Aber der Kill wurde mir trotzdem gegeben. Okay. Ich bin schon weit rein, Mann. Nein! Ich wollte nicht gemessern. Oh, scheiße. Die Messertaste ist, glaube ich, faul, ne? Äh, warte. Nein. F? Hä? Wieso hat er nicht gemessert? Ich habe irgendwas vergessen. Ich wusste, dass ich ein Messer habe. Aber man hat doch eigentlich auch separat noch ein Messer. Äh, ja, glaube ich schon. Okay. Müssen wir uns merken. Mit F. Messer. Ja, ich... Ich habe gerade wie verrückt der F gedrückt. Keine Ahnung. Ich habe gerade wie verrückt. Okay, er war besser. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ich war vorher auf die Zeit. Nein, ich sehe es nicht. Egal. Egal. Sehe ich gleich nach der Aufnahme. Ich meine, wir sind ja gut am Eroberen, aber... Oh, scheiße. Wo denn? Ach, da hinten in der Ecke. Ja. Ist er auch gestorben. Ja. Okay. Mein Beileid. Ich liege bei 28. Du bei 19. Ja. Und ich habe... Ah, es geht. Du hast auch mehr Gilt. Keine Sorge. Glaube ich auch. Es ist bewiesen, du hast mehr drauf. Nein, ich spüre es nur öfter. Das stimmt. Vielleicht sollte ich das auch mal tun, wa? Ach, Mann. Von da hinten trifft er mich. Okay. Also, ich wäre schon mal kein Soldat für den Krieg. So oft, wie man mich wiederbeleben müsste, ne? Im Krieg kann man dich gar nicht wiederbeleben. Ja, klar kann man mich wiederbeleben. Aber doch nicht 30 Mal, Mann. Ich habe eine Spawnzeit von einer Minute dann. Weißt du doch. Na ja. Dich gehen wir jetzt. Kanonfutter. Sicher. Ich glaube, ich sollte nicht mehr in die Richtung rennen. Das sollte ich mal... Scheiße, das könnten wir sogar noch gewinnen. Meinst du, wir gewinnen? Könnten wir. Durch meinen Versagen gewinnen wir noch? Wow. Nein, ich will nicht sterben. Noch nicht. Nein, noch nicht. Noch möchtest du nicht sterben? Hier ist einer mit einer Sniper. Sei vorsichtig. Shit, shit. Die sind bei D. Ja? Ja, die sind bei D. Wenn du da vielleicht hinlaufen möchtest. Ne, ich spawne da gleich. Also ich spawne immer an der gleichen Stelle. Ey. Sniper. Ich hasse Sniper. Ich habe Schwierigkeiten bei D. Wollte ich noch anmerken. Mhm. Achso, du bist auch da. Ja. Auf welcher... Rechts. Rechts von mir. Im anderem Haus. Oben. Er rennt gerade raus. Guck mal, obwohl ich tot bin, gebe ich noch wichtige Informationen. Lebst du noch? Ja, noch. Okay, er ist oben. Oben im Haus. Ich bin tot durch Granatwerfer? Granatwerfer. Ich sollte echt langsam auch Granatwerfer spielen. Arschlecken. Granatwerfer und Raketenwerfer, wa? Granatwerfer, echt, ey. So, so oft wie ich damit getötet wurde, ey. Alter, dass er vom Haus aus noch trifft. Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber ich glaube, wir gewinnen nicht mehr. Ne. Aber, alles ist möglich. Ich habe schon mit einem Kill Unterschied gewonnen. Super. Ich wurde erschossen. Granat. Vor deinen Augen. Soll ich dich wiederbeleben? Nein, wo? Wo das... Super. Die stehen da immer noch. Die stehen da immer noch. Granat. Die sind immer noch zu zweit unten. Okay. Ach ja. Es gibt mir keine Ruhe, dass sie mich erschossen haben. Ich muss da zurück. Ich brauche meine Rache. Jet. Ja. So schnell kann ich nicht nachladen. Was ist los? Bist du leise? Ich versuche mich gerade zu orientieren. Du bist keine Frau, du schaffst das. 4,36. Mann, 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 Mann. Was denn 4,36? Du. 4,36. Und ich habe gedacht, ich wäre schlecht, ne? Danke. Sprich mir Mut zu. Ja, Mann, 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 Mann. Scheiße. Obwohl ich F gedrückt habe, war ich schon tot. Hier ist einer mit Level 100. Rund 5... 5 Stern? Ja, 5 Stern, glaube ich. Wenn nicht, waren es 6. Nein. Boah! Nein. Welche Bastards ey Sind bei C Wenn ich herausfinde, wo die wohnen Die räumen richtig auf, kannst du vergessen Wenn ich herausfinde, wo die wohnen Was dann? Ehrlich, dann such ich's daheim Okay, verloren Passiert Äh, 4, 38 Du hast 20, 28 Nicht schlecht Naja, geht Komm, besser als ich, sieh's mal so Gut, das war ne Runde Battlefields Online Ich weiß nicht, ob wir das normal bringen Müsst ihr mir in den Kommentaren schreiben, ob ihr Bock drauf habt Ich nicht, aber ich würd's trotzdem spielen Naja, egal, reingehauen Also, bis zum nächsten Mal Also, bis zum nächsten Mal Tschüss